Einen wunderschönen guten Morgen hier auf meinem wunderschönen kleinen Kanal. Irgendwann im letzten Jahrtausend wurde ich mal auf den Namen Maverick getauft und wir wollen hier ein wenig gemeinsam spielen. Wir sind gerade in Megaton, spielen Fallout 3 und sollen uns jetzt für Moira zum Super-Duper-Mat begeben und Lebensmittel organisieren und ähnliches. Ich würde sagen, das ist eine durchaus ehrenvolle, sinnvolle Aufgabe. Mal gucken, was uns da so erwartet. Ich würde sagen, viel Spaß beim Video und dann gehen wir reinkaufen. Für ihn hier habe ich glaube ich auch noch, der wollte doch Wasser haben. So. Hallo. Achso, Transportation. Nee, Transportation wollte ich eigentlich nicht. So oft zum Super-Duper-Mat. Haben wir denn noch genug Muni? Muni für die Schottie haben wir. Ein paar Handgranaten. Oh, scheiße, ich habe die falsche Muni verkauft. Verdammt. Na ja, dann muss ich wohl mal neue finden. Oder nochmal bei dem Mädel vorbei. Das wäre doof, weil die Gauss-Rifle ist das Einzige, was wir gegen schwere Ziele haben. Da müssen wir tatsächlich nochmal eben zum Crater-Side-Supply und ihr die wieder abkaufen. Was lädt die denn? Zeigt ihr das hier an, was die für Muni lädt? MF-Zell. Okay. Ich habe die Energiezellen behalten, ne? Das ist natürlich doof gewesen. Crater-Side-Supply ist diese Seite. Guten Abend. Richtig? Richtig. Luxury-Apartment. Ist klar. Hier kann man glaube ich ein Haus kaufen, ne? Das wäre mal eine Maßnahme, was man mal angehen könnte. Könnte man die Power-Armor einlagern. Das ist die Frage, was das kostet. Da ist es. Ich frau mich auch, wie sie die Turbine da hochgewummt haben. Hallo. Ähm. Ich möchte noch was kaufen. Genau. Und zwar will ich die ganzen... Sag nicht, sie hat sie nicht mehr. Doch, die hat sie noch. Ich will die ganzen MF-Dinger wiederhaben. Munition da. Microfusion-Cells. Fusion-Cells. Alle. Dafür verkaufe ich ihr dann die... 5 Millimeter und die Energy-Cells. Kostet mich immer noch 2000, wa? Ich habe auch noch ganz viel Drogen, die ich hier verkaufen könnte. Ich hoffe, was ich mir will. Ich hoffe, es muss mich über den 대� reached. Ich gebe es ein. Wie wird das? Ich habe noch ein paar Sachen. Ich habe jetzt... Ich habe hier... Ich sehe. Ich sehe. Ich sehe. Schuhe. Ich sehe. Ich sehe. jetzt habe ich nichts was das wert ist so ja aber nur 65 auf geht's das sieht schon besser aus ja moni ist immer so das problem im da habe ich keine muni für die schotty habe ich ein bisschen das ist schon mal gut fünf schuss noch was für ein sniper vier handgranaten 64 schuss für die gauss rifle naja ich denke mal da wird einige raider drin geben das dürfte ein bisschen ein bisschen was tun für muni radar haben wir meistens ein bisschen da läuft einer gibt es in dem kfz hier was leer zwischen den mülltonnen was die nicht gerade einer geschossen da steht ein brahmin von irgendwem hier hat jemand spaß gehabt so wie es aussieht ich weiß noch nicht was ich mit armen will aber da kann ich sogar hinsetzen schädel schön gucken ob der was hat was er mir ich habe mich noch schönes den paks habe ich eigentlich schon genug mittlerweile das passt da Danke. Tschüss. Jetzt habe ich schon elf Schuss. Damit kann ich quasi schon länger als zwei Tage überlegen. Hier muss alles vor mit Raidern sein. Hier hängen ja überall. Leichen hängen doch nur rum, wenn Raider da sind. Und bist du für eine? Scavenger. Was hat denn der Scavenger so angebaut? Hi. Rauchen ist ungesund. 14 Millimeter. Was sind denn 14 Millimeter Rounds? Energy Cell? Nee. Psycho. Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie sonst noch etwas... Yes, yes. Guck mal, was die toten Raiders, was wir da so rauspulen können hier. Oh, der Hund vom Sammler. Die Raider haben den Hund vom Sammler erschossen. Dafür sollte man die Raider schon im Tod noch mal töten. Vorne lief gerade einer. Hat mich doch gesehen. Die Raiders. ... ... ... ... ... ... Ja, nehmt die Abwechslung! Hä? First Modus ist was Feines! Bitte nicht töten! Warum nicht töten? Ihr braucht einen Leichenwagen! Arzt, hilft euch nur was, wenn der Patient noch lebt! Ja, schick! Sniper Rifle! Alles Sachen, die man verkaufen kann! 9x19, Usi! Ja komm, gib mir ne Usi! Mal gucken, was wir hier so rausgelootet kriegen! So was nehme ich immer gerne! Ein bisschen Licht an, was liegt da! Steam Gauge Assembly! Ich lass mal zusehen, dass ich den Haarklammer ran kriege! Ich meine, wir sind so langsam! Nur noch 19 Stück! Ist jetzt nicht gerade so viel mehr, ne? Terminal Hacken! Mal sehen, ob ich diesmal mehr Glück habe! Die letzten Male ist ja wieder hinten losgegangen! 0 ist von 7! Geht ja schon gut los! Warlike! 1 von 7! Leading! Würde zu Warlike passen! Naja! Ah! Siehste! Wollen wir denn hier Sperre aufheben! Da musst du irgendwo entweder ein Tresor oder eine Tür sein! Dann warst du die Tür, wa? Oh! Die Lagertür! Sehr schön! Dart Pfeile! Fabraxo Cleaner! Leather Belt kann ich mir eventuell ein paar Stützen draus bauen! Hier nicht Stützen! Medizinische Bandagen! Detergent! Detergent! Detergent brauche ich schon seit Ewigkeiten! Ach guck mal! Mini Nuke! Was hier so alles rumliegt! Medical Braids! Sehr gut! Surgical Supplies! Oha! Jetzt bin ich schon wieder zu schwer! Ähm! Ob das gut war, dass ich das genommen habe! Ah! Irgendwas habe ich gerade gelesen! So! Ach komm! Ich brauche die Pistolen nicht! Echt nicht! Hey! Level Up! Sehr schön! Hervorragend! Ähm! Irgendwas ist 38! Was ist denn 38? 40! 40! 40! Lutini! Lutini! Ähm! Kleine Waffen muss hoch! So! Medizin ist auf 100! Okay! ja den brauche auf jeden fall warum bin ich tot wenn ich nur kurz das kopf Vielen Dank. 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 Auf... ... 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 also machen wir weiter mit landmienen suchen so ich gehe nach mainfield ja habe gehört es gibt einen spielplatz mitten in der stadt alles klar hätte ich nicht eigentlich ein paar xp kriegen müssen na egal so das war der super du mart war ja klar dass er da drin sitzen naja haben sie überstanden ja und wenn man sein dann ist ein steam overlay den ton nicht so einstellt dass er nicht mit dem stream landet dann rufen die freunde ein ganz häufig ins team an oder schicken einem nachrichten wenn sie festgestellt haben dass das overlay nicht angezeigt wird naja jetzt geht das nicht mehr habe ich ausgeschaltet ja in diesem sinne ich hoffe es hat euch gefallen schaut gerne wieder rein lasst gerne daumen da lasst gerne kommentar da lasst auch gerne abo da wenn ihr nichts verpassen wollt folgt mir auch gerne auf twitch schaut mir dazu wenn euch das gefällt was ich so mache ich streame auch viele andere dinge die hier nicht auftauchen ist unten verlinkt in diesem sinne würde ich sagen vielen dank fürs zuschauen und dann bis zum nächsten mal im wasteland ich also ich 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 ich